Wie spät ist es? Ah, es ist ganz spät. Lisa, Lisa, wach auf, Lisa. Was denn? Es ist ganz spät, du musst in der Schule. Ich muss jetzt anziehen. Okay, was muss ich jetzt machen? Ist das schön? Nein, nicht so. Dann ziehe ich das an, das sieht schöner aus. Okay, fertig. Aufräumen muss ich auch noch. Haare kämmen. Fertig. Lisa, bist du fertig? Nein, noch nicht. Ich muss jetzt anziehen. Und was muss ich heute anziehen? Ich weiß nicht. Vielleicht das? Das gefällt mir. Okay, ich zähle das an. Jetzt muss ich alles aufräumen nochmal. Okay, so. Ich bin jetzt fast fertig. Okay, das muss ich mitnehmen. Meine Sachen natürlich. Ich muss nicht zur Schule gehen. Ein bisschen Make-up. Und fertig. Ich muss meine Geldtasche mitnehmen. Ich habe sie fast vergessen. Okay, schnell. In meine Tasche. Kitty, komm. Komm ja, jetzt. Oh, wie süß bist du. Jetzt muss ich Frühstück machen. Hallo, geh du den André wecken. Ich geh Frühstück machen. Okay. Ja, okay. Ich muss meinen Rucksack mitnehmen. Ich geh auch zur Küche. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt. Jetzt muss ich. Okay, ich muss gehen. Ja, tschüss. Warte mal. Habe ich etwas vergessen? Nein. Was soll ich heute machen? Ich weiß nicht. Aber ich mag Müsli. Kaffee. Und ein Hüge Eier. Ich weiß nicht, was noch. Aber Kaffee gefällt mir noch. Ich muss den, ähm, das empfehlen. Mit Kaffee. Die zwei und die andere. Okay. Okay. Jetzt bin ich fertig mit dem Frühstück. Hallo. Komm. So, ich bin jetzt schon da. Schnell, schnell, ganz schnell. Ich habe gar keine Zeit mehr. Mann. Sarah, 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 wach auf. Sarah. Was? Okay, wach auf. Wir haben keine Zeit. Du musst in der, in der Kindergarten. Ja, ich weiß schon. Ja, ich geh jetzt anziehen. Rose, Rose, wach auf. Du musst in deiner Arbeit. Ja, schon. Okay, zieh dich an. Schnell. Wir haben keine Zeit. Du auch. Was muss ich heute anziehen? Wenn das gefällt mir. Oder das. Das ist dann ein bisschen. Okay. Ich zieh das heute an. Was muss ich anziehen? Das ist schön. Ich finde das am schönsten. Muss ich die Brille auch anziehen? Jetzt zu. Und. So, fertig. Mein Handy noch. Bist du fertig? Ich gehe. Ich auch. Killen. So, wir sind fertig. Ja, kommt, kommt mit. Oben. Schnell. Ja, kommen wir. Ja, wir kommen. Okay, ganz schnell. Hopp. Okay. Muss ich meinen Rucksack mitnehmen? Nein, muss ich nicht. Okay. Schnell kommen. Wir haben gar keine Zeit. Ja, wir wissen schon. Okay, nach oben. So, wir sind da. Hopp, hopp, kommt. Ja. Mann, wir haben gar keine Zeit mehr. Was gibt's heute zum Frühstück? Hm? Heute gibt's Müsli. Ich hab Hunger. So, jetzt müssen wir frühstücken. Ganz schnell. Ja. Eier? Hm, lecker. Das schmeckt gut. So, was muss ich essen? Ist das Müsli für mich? Ja. Okay, dann zieh ich einfach. Hm, das schmeckt echt lecker. Hm, lecker Saft. Hast du das selber gemacht? Ja, ja. Hm, lecker. Okay, dann gehen wir zum Arbeiten. Okay, ich geh jetzt. Ich auch. Ich auch. Kommt. Wo ist mein Rucksack eigentlich? Mein Rucksack ist drunter. Da, ich hab's schon. Okay, komm, komm. Du hast mein Rucksack. Okay, ich muss jetzt das Tisch aufräumen. Der Tisch aufräumen. Okay, ich hasse den Tisch aufräumen. Ich mag nur zur Arbeit gehen. Mann. Aber das ist mein. Ich bin dran. Okay, so. Wir. So, hier ist mein Rucksack fertig. So, nehmen die weg. Nehmen und weg. So, ich bin jetzt schon da. Wo sind die anderen? Okay. Wo? Okay, wo ist sie? Mann. Sie muss nur, sie kommt. Sie kommt, du warst wahrscheinlich spät. Ich hole sie. Ros, komm, schlau. Wo seid ihr? Wir sind da. Ich hab euch überall gesucht. Ja, komm, schlau. Wir haben keine Zeit mehr. Okay. Hala hat ihre Schultasche vergessen. Nehmen. Danke. So, jetzt gehen wir. Okay. Ja, nehmen wir jetzt schnell, 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 schnell. Wir haben gar keine Zeit. Ja, wie weißt du schon. Du sagst das immer. So, jetzt. Ja, ich bin Hala und ich bin ganz schnell. Ja. Okay, jetzt. Geht. Geht weg. So, zum Glück bin ich hier. Wo sind die anderen eigentlich? Oh. Ich hatte keine Zeit, aber ich bin die Erste. Wie? Weiß ich nicht. Einfach sitz. Okay, dann sitz ich. Okay, tschüss. Ich muss gehen. Ihr habt jetzt eine andere Lehrerin. So, jetzt. Oh, die ganze Klasse ist schon da. Okay. Hallo alle zusammen. Ihr habt Mathe. Mathebuch raus? Okay. Na, dann nehmen wir unser Mathebuch. Ja, schnell, ganz. Okay, aber ich hasse Mathe. Ja. So, eine schwierige Rechnung. Ein einfacher. Fünf mal zwölf. Ich. Ich. Bitte, ich. Ich will. Nein, ich will. Okay, dann nehmen wir, ähm, ich weiß nicht genau. Ich will. Bitte, bitte. Nein, ich. Okay, ich. Ich, ich, bitte. Okay, dann nehmen wir Hala. Das, der Antwort ist 60. Richtig, ja. Genau. So, jetzt haben wir eine andere Rechnung. Was ist das? Wartet mal. Ich muss. So, ich freue mich, weil wir Mathe haben. Okay, alle. Es ist Pause. Ihr kommt rausgehen. Ja, Pause, Pause. Ich freue mich. Ja, ich habe die Jause. Ja, ich auch. Ich habe, ich habe, ich habe großen Hunger. Ich auch. Ich habe riesigen Hunger. So, was, wie war es denn, Mathe Stunde? Oh, ich bin da. Hallo, meine Kinder. Hallo, meine Kinder. Hallo, Lehrerin. Hallo. So, warum, ja, warum bist du ein bisschen spät? Ja, das weiß ich. Ich bin nicht zu spät. Aber er glaubt das. Wo sind die andere? Ich weiß nicht. Sie spielen halt, Jo. Okay. Okay, jetzt muss ich gehen. Und zurecht müssen wir ein bisschen spielen. Danach den Kindergarten erfolgen. Ja, gerne. Okay, jetzt spielst du auch ein bisschen. Ja, spielen. Ja, spielen. Ich weiß nicht. Ich gehe ein bisschen draußen. Das ist schön. So, ich habe ein cooles Bild gemalt. Pink ein bisschen. So, fertig. Sarah, guck mal. Ist das nicht schön? Oh, wie ein schönes Bild. Danke. Bitte. So. Okay. Geht, dann male ich noch ein Bild. Ja, jetzt müsst ihr den Kindergarten erfreuen. Okay? Jetzt schnell aufräumen. Danach essen. Okay? Wer freut sich? Okay, schnell. Ich. Ich freue mich. Okay. Jetzt alles aufräumen. Okay. Schon. So, das hier. So. Okay. Wir haben alles aufgehoben. Das ist das Essen. Und ich hoffe, das schmeckt euch. Mh, lecker. Mh, lecker. Mh, lecker. Ganz lecker. Mh. Ich mag Äpfel. Ja. Okay. Schmeckt aus euch? Ja. Hallo Doktor. Mein Tochter ist krank. Was ist passiert? Sie ist krank. So. So. Woran ihr Kind leidet? Hat sie Kopf- oder Bauchschmerzen? Ja, sie hat Bauchschmerzen und Husten. Okay. Dann schaue ich sie an. Okay. Kleine. Komm. Oh nein. Ich habe Angst. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Nein. Ich habe gar keine Angst. Hier. Okay. So. Alles ist okay. In Ordnung. Komm. Sehen wir, wie groß du bist. Okay. So. Jetzt. Ja. Was muss ich jetzt tun? Tun, ja. Nur anstellen. Okay. So. Genau. Dann nur. Wow. Du bist ganz groß. So. Jetzt. Hm. Zu Papa. Danke. Du bist ganz lieb. Bitte. Tschüss. Tschüss. Oh. Jetzt. Mein Albert ist fertig. Ich muss jetzt nach Hause. Oh. Zum Glück. Hallo. Wir haben heute etwas Besonderes. Wir haben heute ein Sachunterricht. Sachunterricht. Bla 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 bla. Ich hasse Sachunterricht. Ich auch. Ich mag gar keinen Sachunterricht. Okay. Wir beginnen jetzt. Wir haben heute etwas über Körber. Körber? Ja. Ja. Und wir müssen das alles lernen. Das kommt in der Schulabart. So. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Ja. Ja. Okay. Das sind. Das ist der Hals. Und da ist der Herz. Und so. Die sind die Ohren. Und die Arme. Und so ist der Körper bei dem Menschen. Okay. Wir sind fertig mit dem Sachunterricht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so. Ich muss jetzt gehen. Ich bin so fertig. Und so. Ich danke euch. Tschüss. Und jetzt muss ich gehen. Nach Hause können wir, oder? Ja, sicher. Die Lehrerin. Ja, ja. Nach Hause. Die Lehrerin ist schon nach Hause gegangen. Lisa, dein Mama ist gekommen, dich abzuholen. Lisa, meine Liebe. Komm. Tschüss. Oh, danke. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Okay. Du bist der Letzte. Dein Mama ist auch gekommen. Komm, Leo. Tschüss. Danke. Tschüss. Bis morgen. Tschüss, bitte. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Okay, ich muss jetzt nach Hause. Ich bin auch fertig mit der Arbeit. Und, ja. Hä? Hier ist jemand hier. Da. Ich glaube, das ist hier. So. Mhm. Die Glocke klingelt. Ich muss jetzt aufmachen. Hallo. Hallo, Rose. Hallo. Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Mein Tag war schön. Mir auch. Mir auch. Mein auch. Okay. Meine war schön, aber ich habe meinen Rucksack vergessen. Oh, leider. Wie hast du es vergessen? Ich habe nichts aufgemacht. Jetzt? Okay. Jetzt muss ich ausziehen. Ja. Und was anderes. Aufwand. Tschüss. 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 Wer kommt? Noch einmal die Glocke klingelt. Pff. Nein. Mach auf. So, ich mache. Hallo, Rose. Bitte schön. Hallo. Ich habe einen schönen Tag heute. Ja, ich auch. So, jetzt gehe. Anders anziehen. Ich muss jetzt etwas anderes anziehen. Ja, gehe. Und jetzt muss ich. Ja, genau. So. Okay, jetzt müssen wir nachher das Arbeitsessen essen. Und jetzt schlafen gehen. Was muss ich heute anziehen? Natürlich meine Pyjama. So, ich bin jetzt fertig. Ich kann an oben gehen. Ich muss noch meine Pyjama anziehen. Das ist nicht meine Pyjama. So, wo ist sie denn? Ja, hier. Mann, warum habe ich sie versteckt? Aufräumen und zu. Jetzt Abendessen essen. Ich freue mich. Ich habe riesigen Hunger. So, was tust du? Ich mache auch mein Pyjama. Was tust du? Angezogen. Ich komme ja. Ja, wir haben jetzt Abendessen. Hallo, Kükis. Hallo, Kükis. Hallo. Ja, ich bin angekommen. Und sind wir am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, es gefällt euch. Und schreibt uns Ideen für das nächste Video in die Kommentare. Tschüss. Tschüss. Tschüss.